Wer glaubt, ist stärker. Und deswegen rate ich allen, die nicht glauben können, tut es mir leid, aber ich rate allen, sich zu erforschen, ob sie doch den Wegen zum Glauben finden. Und Glaube ohne Kirche ist zumindest schwer. Und darum will ich, dass der Glaube in der Öffentlichkeit präsent ist. Ich bekenne mich dazu. Und ich finde, auch Kirche muss nicht nur Angst haben, sondern soll sich ruhig raustrauen und zeigen, was sie zu bieten hat. Es ist die beste Botschaft aller Zeiten. Es ist die froheste Botschaft aller Zeiten. Und für die trete ich gern ein.